Liebe Sophia, du fragst, warum soll ich an Gott glauben? Ja, warum soll ich an Gott glauben? Jeder sagt doch etwas anderes von Gott. Du hast recht, Sophia. Alle Welt redet von Gott, aber niemand kennt ihn wirklich. Gibt es denn wirklich überhaupt jemand, der Gott wirklich kennt? Einer kennt Gott wirklich. Wer soll das sein? Jesus, Sohn Gottes, König und Herr. Er war und ist bei Gott. Nur für einen Augenblick war er Mensch bei uns Menschen. Er liebt alle Menschen und kennt jeden Einzelnen, tut Wunder und heilt Kranke, auch heute noch. Und wo finde ich ihn? Mach dich auf. Sprich mit ihm. Was er gesagt hat, findest du in der Bibel. Nur bei ihm finde ich den Weg, die Wahrheit, das Leben. Ja, Sophia. Er allein ist ein Weg zu Gott. Liebe sein Wort. Es ist die Wahrheit. Er schenkt dir ein Leben voller Wunder. Er hat sich imưởng von einem Weg zu Gott gesagt hat, finns in die Wahrheit. Er ist verschleisten. Jöter, als wenn du 그래, auf einem Weg zu Gott. Untertitelung des ZDF, 2020